Regen, Dauerregen seit mehreren Tagen, umso mehr freut es mich, dass Sie alle wieder so zahlreich hier in das Zentrum unserer Stadt, in das Wohnzimmer unserer Stadt gekommen sind und heute mit uns zusammen auf Weihnachten uns einstimmen wollen. Ein Wohnzimmer, das sich entwickelt hat, ein Wohnzimmer, wo gebaut wird seit gar mal Zeit und Sie sehen es, der Marktplatz ist ein bisschen enger geworden, aber ich glaube, er wird auf jeden Fall attraktiver werden durch das, was hier neu entsteht. Gebaut wird in der gesamten Stadt, die gesamte Stadt entwickelt sich weiter nach vorne, sie wird attraktiver und einer Stadt, in der gebaut wird, die lebt, denn nur in einer lebendigen Stadt wird gebaut. Und die Stadt, die lebt durch Sie, meine Damen und Herren, denn Sie sind es, die diese Stadt zum Leben bringt, Sie sind es, die diese Stadt zur schönsten Stadt Ostensfalens macht und zu einer wunderbaren Stadt. Und gerade jetzt zur Weihnachtszeit, schauen Sie sich den Marktplatz an, schauen Sie sich den Weihnachtsmarkt an, auch er ist im Laufe der Jahre gewachsen und attraktiver geworden. Und gerade jetzt sighst, schauen Sie sich den Marktplatz an, auch er ist im Laufe der Jahre gewachsen und attraktiver Bevacいました. Und dann ist es ein paar der remembers- und attraktiver deutlich, dass sie sich um parade vote. Musik 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 Friede für die Welt, Shalom, Salam Aleikum. So viele Menschen auf der Welt, wir sind ganz bunt verschieden. Doch teilen wir mit einem Wunsch nach Freiheit und nach Frieden. Friede, Friede für die Welt, Shalom, Salam Aleikum. Friede, Friede für die Welt, Shalom, Salam Aleikum. Wenn wir einander auch in Not vom Auge in Höhe begegnen, David, das Jahre aller Gott, kann sicher gerne sieben. Fliegen, Fliegen für die Welt, Shalom, Salam Aleikum. Friede, Friede für die Welt, Shalom, Salam Aleikum. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020